Smasher Pass hier am Alexanderplatz. Ja guck mal, film zuerst die Jungs an. Und wie findest du die erste Jungs hier? Sag die Wahrheit. Pass? Die erste Jungs hier? Ja, weil, weiß ich nicht, ist nicht so mein Typ. Muss ich ehrlich sein. Ja, warum? So vom Aussehen her so. Und die zweite Junge? Pass. Warum? Dasselbe. Und die dritte Junge? Pass. Wieso? Wegen Suha oder wegen Hohe? Nein, ich will nicht so gegen sein Auschwitz sagen so. Aber er ist auch nicht so mein Typ. Und die vierte Junge? Smash. Wieso? Guck ihn dir an. Er ist ein süßer. Willst du gerne Instagram tauschen? Ja, komm. Okay, let's go, let's tauschen Instagram. Hey, let's go, let's go. Was hast du für ein Handy? Ein Tablet. Aber er ist ja meistens smashed. Die haben Insta getauscht. Leute, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, folgt, abonniert und liked das Kanal.